Einen wunderschönen guten Tag zu einer geschmeidigen Runde Edge of Pathology mit eurem Geon-Gero-Wut und wir spielen gegen zwei Mittleren und wir gehen ein. Dum-dum-dum. Okay, Savanne. Gegen Ägypten und China. Hm, naja. Und ab geht's. Erst mal eine Kirche da reinknebeln. Ja. 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 Machen wir hier Gold. Da vorne, okay. Die knebeln da das Zeug weg. Mal sehen, wie wir auch hier so durchkommen. Sundern. Le'yee. Etting melon. Pitotmoss. Le'yee. razorb 00. vanim. pani. Burst MT. So, dann summelen wir mal die Reliquien ein. Wir sind noch oben auf. Das sind auch acht. Perfekt. Was haben wir da für eine Reliquie? Lebenspunkte für Dorfbewohner. Ja, die sind schon ein bisschen weiter. Und dann wieder Athena. Feld bauen wir mal hier hin. Dann brauchen wir die Schmiede. Dann brauchen wir das, das und das. Dann laufen wir eben schnell mal da gucken. Eins, zwei, drei, vier. Dann suchen wir uns mal zwei raus, die weiter Holz hacken. Hier geht er auch mal hin. Hier geht man da hin. Dann gehen wir auf Krassobliten. Wenn da nichts ist, gehen wir direkt weiter. Nach da oben. Dann gehen wir hier rüber raus. Ähm, ein paar Giraffen schlachten. Ja. 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 Ja, hat das wieder mal nicht gerafft, das Ding da abzuholen. So, das haben wir, das haben wir. Malkrin, nein. Neunert Gold. Und auch nachher den Tempel des Apollos. Wenn das auch schon abgeholt ist, dann gehen wir einmal links vorbei. Okay, Jesus. So. Die Grünen sind ein bisschen expandierungsfreudiger irgendwie als die anderen. Dann geht's mal beten. Ah, ne, das war unklug. Manticore, Hydra wäre auch ganz gut für AE-Effekte wegen Köpfe und so. Aber mein Headset schreibt an mein Mikrofon. Nice. Ja, das ist. Ja, das ist. So, um das auf. nennen wir mal kurz die schäfchen ein immer ist genug nahrung ein marktplatz ich hoffe schon da wird jetzt mal holz reinkommen oder so es ist nicht hat er gebaut werden wir ihn schicken auch nur fünf das ist sehr schade so upgraden dann brauchen wir die soße erstmal da wird er muss dann machen wir das 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 und das gehen wir hier unten runter und da rein jetzt kommen die ist da von der anderen seite die pferde gehen halt sehr schnell kaputt da sage ich mal geht zu die elefanten sind auch echt nervig so die ist am hier unten ein dass das holster abgeben das ist schon ein valider abgabeplatz so ist schon wieder hier unten konnte ich dazu so ist Ich bin bereit. einfach mal ein paar kasse jenen durch die gegend wir werden einfach hier eine mauer lang ziehen so hier und hier so und so ist nur einer kommt zum fliegenden avian daher geht ja gar nicht das ist ein bisschen weirder ich habe auch schon ein bisschen angst dass jetzt hier irgendetwas schlimmes passiert wir haben auch relativ viele dorfzentren weil jetzt will ich eigentlich mal dass sie ausbilden oh 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 Läge, vulome, malisita. Prostagma, vulome, malisita. Das ist die Goldsache. So ein glasser brechender Tornado da, den brauchen wir natürlich nicht. Ja, der hat zumindest seinen Shit da mal geused, das ist auch okay. Prostagma ist machin. Prostagma? Isto. Er macht da sein Ding. Prostagma, vulome, malisita. Prostagma. Prostagma. Läge. Ertäimus. 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 Vulome. Prostagma. Ertäimi. Vulome. Ne. So. 50. Ja, dann betet mal bitte was schneller. Nehmen wir die jetzt ein bisschen tunen hier. Ertäimus. Ertäimus. Es haben wir die intendenten Fahrten. Viele,あれ wird itemen. Dasattaatur ist deutlich kleiner. wir werden zwei leute abziehen wir werden hier in der mauer ziehen die haben schon ihren großen tornado gejutscht so das haben wir auch naja der kleine priesterhalter ich das erstmal genüsslich eins aufs gesicht so ja mal die unit überzahl dass das kommt ganz gut es ist da schon wieder einer auf der falschen seite ja jetzt kommt er auch mit seinen ganzen anderen elefanten herren den müssen wir jetzt töten tut mir leid hier gibt es irgendwo eine mosche da gibt es kein gold mehr so das müssen wir aus ja 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 50, Mann. Die Tempolanlagen können heilen. 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 Jetzt gehen wir einfach mal vor. Die Tempolanlagen können heilen. 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 So, jetzt haben wir uns noch ein bisschen. Die kleinen Schneiblis hier reingeholt. Aber wir haben noch keine Verstärkung mehr gebaut. Das ist immer sehr schwierig. Die Tempolanlagen können heilen. Und schon wieder kein Gold. Und schon wieder. Die Tempolanlagen kann man sehen. so jetzt machen wir hier so ein kleines Karussell hin ja, es betet gerade keiner, das ist auch ein bisschen schwierig so ich lese räufen wir trotzdem an jetzt ja da kommen jetzt leute ist aber nicht schlimm da stopfen wir jetzt einfach die bogenschützen ein Oh, dafür brauche ich 10. Okay. 7 Minuten. Läuft. Dann praten wir zu Jesus, dass das was wird. So, jetzt zwei Grammata beten. Was war das mit dem Gold? So, jetzt haben wir das auch. Kommen jetzt noch ein paar Leute angewackelt. Dann haben wir ausgebaut. Jetzt sind nur noch die Sachen hier dran. Alle Helden sind noch auch näher. Wir striken den mal so ein bisschen runter. Alle gemacht. Haben wir abgedatet alles. Ich auch mal machen. Dann können wir so eine kleine Eingrachtruppe machen. Hm. Was ist das? Wir sind halt auch mal gemein mit unserer Weltwundersache hier, ne? Ist halt gemein, hu hu. Ja, geht euch da mal prügeln. Ah ja, Titanus, Pianus, er ist rausgekommen. Wir gehen hier mal angreifen. Der Grüne ist der Titan von den Gegnern. So, sag ich mal rein in das Ding. Und die zwei letzten laufen nach da. Ihr haltet hier das Ding. Ihr habt Spaß, ne? Die Titanen können leider nicht in so eine Pforte reinlaufen. Das ist sehr tragisch. Holen wir das mal hier zu Klump. Die letzten beiden schweren Hippie Campus laufen hier. Auch wenn sie da ein bisschen geblockt werden. Das muss er jetzt hier nun wirklich nicht sein. Ihr seid hier hinten am Beten, ne? Ihr könntet hier praktisch mal hier durchlaufen, ein bisschen heilen, reparieren und so. Hier geht halt echt nix ab, ne? Hier ist halt der Hund begraben. Hier sind viele von den Gärten. Die sind ziemlich OP. Die generieren rein Ressourcen, ne? Ist nicht geklappt? Dann darf es nicht gehen. Jecht? Das ist gut. Wett? Was ist... Wett! Wett! Was ist neu, Wett! Ich meine, dann wäre es sowieso gleich gewonnen, ne? Aber wir können ihn ja noch mal ein bisschen näher gehen. Ähm, kinda weirdo. Ich bin auch mal gleich gewonnen. Wenn wir uns halt auch 1G erinnern. Ich bin auch mal ein bisschen näher gehen. Ich glaube, der Titan ist ziemlich schlau. Läuft halt immer einzelnen Units hinterher. Das war's von mir. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bleibt gesund. Euer Georg Graubut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.